In der vernünftigen Reichweite, von 5 bis 10 Metern, die Möglichkeit haben wir gesagt, damit können wir leben. Ein Versetzen würde ja den Aufwand darstellen, der sich automatisch ergibt und ein Versetzen um 10 Metern oder 150 Metern, weil das technisch machbar ist. Ja, als ich die Petition hier von der Familie Günther auf den Tisch bekommen habe, dachte ich mir, ich möchte mir gerne ein Bild vor Ort machen, bin dann mit der Bahn hierher gefahren, habe mir das mal angeschaut und war auch im Innern des Hauses und ich habe mich dann einfach vergewissert und habe da eine Frau gesehen, die gehbehindert ist und so wie meine Mutter, die im gleichen Alter, in der gleichen Situation ist, einfach oft auch in ihrem Wohnzimmer sitzt und auf die Straße schaut und da noch ein bisschen am Leben teilnehmen kann. Wir brauchen hier eine Lösung, es geht nicht darum, wer hat irgendwas falsch gemacht, sondern wir brauchen eine Lösung für die Menschen, die hier im Haus wohnen und ich bin guter Dinge, dass wir das heute auch gefunden haben.